Du hast ein Haus zur Miete, das ist natürlich auch geil. Und das ist bei dir das Nebenhaus, das so laut ist. Oha. Okay. Gut, bei mir ist es halt oben drüber, genau. Cyberpunk willst du spielen? Du musst du noch ein bisschen wadeln. Warte mal, wir könnten ja eigentlich... Oh Gott, diese Musik, ey. Die Musik ist grässlich. Ja gut, dann würde ich auch keine Miete zahlen. Oh, ne, den Smaragd spende ich nicht, den verkaufe ich. Ist es günstig? Ja gut, wenn es günstig wäre, würde ich mir auch ein Haus mieten. Das ist so viel wie die meisten Wohnungen. Alter, diese Musik, mach die Musik aus, bitte. Oh, meine Ohren. Okay. Wir brauchen aktuell nichts. Nee. Oh, warte. Das kaufen wir jetzt mal, weil... Dann haben wir das. 250 Euro Miete. Oh, eine bessere Karte. Was? 650. Also bei mir sind's... Ähm... Wenn ich jetzt Strom und Gas noch dazu zähle, warte... Ja, 550 knapp. Für 75 Quadratmeter. Okay, ne, so viel kann ich jetzt dann auch nicht machen. Also, äh... So viel Geld hab ich nicht mehr. Aber 650 für ein Haus ist schon geil. Können wir jetzt noch mit jemandem schwätzen? Keine Ahnung, was du willst. Wo stelle, Bill. Solange es von innen halt saniert wurde, warum nicht? Nee, 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 nee. Was ist das? Wir haben etwas zu essen. Du könntest dich interessieren. Am ich nicht zu lieben, das ist das? Ich habe es zu essen, seit Horseshoe. Aber du hast es gemacht, dass du all diese commotion in Valentin warst. Wir waren vorbereiteten, um die Bank dort zu verabschieden, bis du in die ganze Zeit kamst, und all diese NONSEN. Und ich weiß nicht, ich fühle mich einfach, dass es unabhängig ist. Das war nicht mein Falt. Es war nur eine der Dinge. Wie kommt jederzeit, wenn ich in die Probleme bin, ich bin ein Mensch und ein Idiot? Aber wenn du in die Probleme bist, oh, es ist nur eine von diesen Sachen. Das ist ein guter Punkt, Arthur. Ein sehr guter Punkt. Alright, well, what do y'all want me to do? Ja, das ist nicht so gut. Du denkst wirklich, es ist wert, zurück zu gehen? 4 von uns können die Banken einfach. Aber ich bin nicht zu lieb, es wird eine Art, wenn wir überlegen. Nein. Es ist nur die Landwirte, und gestorben. Wenn wir schnell und ruhig sind, können wir es einfach gut machen. Wenn es vier von uns ist, ich meine. Und du denkst, es ist wert das Risiko? Es ist ein Bank, Arthur. So? Ist das Take gut? According zu dem Mann, ja. Es ist die Ende der Verhandlungen, viel Geld und viel Leute überlegen. Alright, ich denke, es ist wert, zu schauen, zumindest. Wir sollten warten bis morgen. Okay. 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 Wir können uns ein Banken aufbauen. Oh, das ist ein Banken. Oh, das ist nicht so gut. Das ist ein Banken. Das ist ein Banken. Ich denke, er hat eine Frau und Kind. Sie werden die Banken aufbauen. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Dann können wir da hin, und wir haben sie ein paar Geld. Okay. Gentlemen, wir werden uns ein Banken aufbauen. Was ist der Plan? Oh, wir werden Karin aufbauen, als eine Distraktion, und dann werden wir einfach aufbauen. Ein kleiner Banken in einer kleinen Stadt, nichts so groß im Weg von Sicherheit. Was ist der Plan? Wow. Eine Menge Kreativität in den Plan. Na gut. Boah, bis nach Valentine, von hier aufs Reiten. Ernsthaft. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, und vielen Dank fürs Bereitschauen. Was gibt es noch. Was ist das denn? War das immer noch das Schwein? Du wirst nicht verstehen, Morgan. Ich stehe da in die Arbeit, wie du. Ich habe sie mit ihnen ein paar Mal mit ihnen geblieben. Sie sehen, dass sie eine weitere Sicherheit suchen. Ja, ich bin sicher, dass sie sind. Vielleicht gibt es etwas für uns. Na ja, einfach so. Wir haben ein paar Teile in diesem Feuer. Ja, ich weiß, Morgan. Das war immer noch die beste Vision überhaupt. Das war immer noch die beste Vision überhaupt. Und Bill ist nicht viel besser. Dann sollen wir etwas Whisky machen? Wie würde, wir warten, bis nach dem Bank, okay? Du glaubst, du glaubst, wir wären hier nicht. Was ist mit diesen beiden Familien? Die Greys und was? Ja, du kannst dir neue Pferde kaufen und sie dann auch selber gestalten. Aber das ist noch mein erstes Pferd im Grunde. Was was ich als erstes dann gekauft habe. Ich habe das Ding dann alles mir geholfen. Irgendwie so. Ein weiterer Bank, Frau Jones. Es ist schon lange. Hey, Arthur. Erinnerst du den Bank in Tucson? All die Jahre vorhin? Du, ich und Javier? Natürlich. Wie kann ich mich vergessen? The Nun! Das soll nicht ein Geheimnis aus dem Konvent. Whose Idee war das? Ich vergessen. Ich weiß nur, dass die Regierungen alle auf dem Weg in für Schrauben suchen. Except für sweet sister Karen. 2 Schrauben und ein Pistole unter deinem Skirt. Was? Ja, die Musik ist dafür, dass es ja so ein weiter Weg ist, ein bisschen nervig. Ich bin bereit. Ich bin bereit, Karen. Ja, genau. Ich bin bereit. Ich bin bereit für das. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Natürlich. Ja, egal. Ja, egal eigentlich. Das stimmt. Jetzt bin ich. Und ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, klar. Das stimmt. auch einmal gemacht. Hat leider nicht das gebraucht. Aber wenigstens hatte ich dann gute Musik. Gott sei Dank ist diese komische Melodie mal weg. Wir müssen irgendwo aufklicken. Und dann brauchst du noch richtig gute Boxen. So Bassboxen, wo die ganze Bude dann noch wackelt. Aber gut, wenn das nebenan ist, weiß ich nicht, ob er das dann merkt. Also bei uns, glaube ich, merkt man das. Denk ich. Ihhh, Schlager? Echt jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du hast mein tiefstes Mitgefühl. Oh Gott. Ich bin ja froh, dass meine Nachbarn wenigstens relativ gute Musik hören. Obwohl es auch nicht witzig ist, wenn gefeiert wird und ähm... Die Leute mitsingen und manche die Töne nicht treffen können. Aber es kann auch schlimm sein. Was? Okay. Ich muss jetzt sagen... Auf Instagram habe ich dich ja jetzt eben schon gesehen gehabt. Du siehst jetzt nicht alt aus. Und wenn er da gleich alt ist, dann denke ich mir so... Ich schlage es. In dem Alter. Okay. Ja, verwirrtes... Verirrtes Mädchen oder die Hure? So, welcher? Im das. Neunzigern... Und... So, der hört Schlager, ernsthaft. Ich weiß ja nicht, also welche. Ich bin 91 und ich würde niemals im Leben Schlager hören. Niemals. Never. Never. Bis 90. Genau Platz 90. Ähm, wartet mal gerade. Hat er Angst. Hä? Wurde das Ding geworfen? Ja, warte. Rein. Das Sushi kriegst du nicht aufgegessen? Ja. Das ist natürlich das Kacke, gell? Too slowly. You better get that door open right now. I'm nearly there. Okay. Äh. Aua, da klingt sogar ich Kopfschmerz. I'm in! Someone come make sure the chute behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now! I... The manager does that. God damn it! Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out! I'll be as quick as I can. Äh... Mama springen. Okay. We gotta move before they blow. Oh. The law will be all over us. Now you shut the hell up and be still! Hallo, da bin ich hier? Achso. Äh, gute Nacht, André. Ja, warum hilft mir nicht einer mal hier Dynamit anzubringen? Me too. Boys! You need to move this along! Jaaa... Hey, watch him there! Don't worry. I see him. Come on, come on! Please, let me go. I won't say nothing. I swear! Shut the hell up and stay where you are! Was? I'll do it again! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich habe einen Tresor übersehen. Oder das wurde nicht mitgesprengt. Also die Tür ist einfach nicht auf. Warum hat er einen seinen Schaden weggemacht? Verstehe ich nicht. Oh, dieser Blick! Wo ist noch einer da? Boote oder eine Welt? War geil! Hä? Hat sich an den Kopf geschossen. Jetzt kann ich nachher wieder Kopfgeld bezahlen. Geh die hell aus der ganzen Stadt! Willi? Schau mal. Da habe ich mal bitte Ragnar. Wo? Ach so. Warum ist jetzt die Zahl da oben doppelt? Verstehe ich nicht. Hä? Warum ist die Zahl da oben doppelt? Ich verstehe es nicht. Ich muss den Trennen, Morgan. Okay. Ich denke, wir haben ihn verloren. Dankeschön, Herr Präsidentin. Das war... Stupid und gefährlich. Danke, Bill. Wir sind жив, und wir sind schuldig. Ich sehe nicht das Problem. Ja, und das ist das Problem. Ja. Danke. Ja, das war lustig. Und auf einmal hat er was anderes an. Merkwürdig. So. Ach so, das gehört noch zu Missions. Okay. Gut. pulleiero. Das ist nicht so. Aber was hat das jetzt noch mit der Mission zu tun? Aber warte mal, wir könnten mal was essen. Weil der Bankraub ist doch jetzt erlebt. Oder müssen wir irgendwie was Geld noch abgeben? Oder ist das das, was Jose wollte? Irgendwo Geld eintreiben noch. Dass wir das auf den Weg machen sollten. Das kann natürlich auch sein, weil das war irgendwie merkwürdig, als wir vom Lager losgeritten sind, dass der Jose dazwischen kam und gesagt hat, Ja, der ist rot und blau und hier und die Frau und was weiß ich. Ich glaube das ist das. Ja, das ist das, hundertprozentig. Warum gehört das zur Hauptmission, verstehe ich nicht. Merkwürdig. Wuff. Wuff wuff. Morgen sehe ich auch einen wuff wuff. Mein Mann ist nicht so cold in den Boden, und du bist hier zurückgekommen. Archie. Ich habe fast verraten, was ich verraten. Ihr Mann wusste die Regeln, als er das Geld genommen hat. Jetzt bin ich wirklich sorry, wie die Dinge aussehen. Aber er hat eine Wahl. Es ist nicht meine Schuld, wie die Welt ist. Er hat eine Wahl. Er war gut, und er hat gut gemacht. Es gab keine Wahl. Es gab keine Wahl. Und du bist so gut, als du sie selbst zerstörst. Und keine Angst, du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl. Du sprichst, als wenn es zu zerstörst, was ich für mich interessiert. Du wirst, wenn du über die Eternity überraschst. Du wirst. Ich hoffe, es ist hart und schade, Frau Downs. Otherwise, ich fühle, ich bin sold ein falsches Bisschen. Jetzt bitte. Gib mir das Geld. Either du ein Lager oder ein Lager von Respekt. Was ist das, Junge? Ich habe keine Lagerung. Ich habe keine Lagerung. Ich habe keine Lagerung für dich. Ich habe keine Lagerung für dich. Vielleicht, wenn deine Mutter fertig fertig ist, dein Vater, ich werde sie in Black halten. Auf deinem Wettbewerb. Du denkst, auf das Wort? Vielleicht, du sollst, Herr. Und vielleicht auch andere Ärzte werden. Du best bestätigst mit diesen Büchern, weil ich meine Worte auf das. Vengeance ist ein Idiot's Game. Ah, Mrs. Downs. Danke für deine Funktualität. Es ist neben Gott, nicht? Das ist cleanliness. Ich glaube, wir müssen baden gehen. Äh, Jay, dann hoffe ich, dass du gut schlafen kannst und dass dein Nachbar nicht mehr so lange laut Musik hört. Oder dass du einfach einschläfst. Obwohl, bei Schlagermusik könnte ich auch schon einschlafen. Aber ich drücke dir die Daumen. Und gute Nacht. Ich mache eh nicht mehr lang. Ich glaube, ich mache nur noch Vorbereitungen fürs nächste Mal, wenn wir dann zocken. Also baden gehen und so. Damit wir das beim nächsten Mal nicht vergessen. Weil er sei jetzt sehr verschwitzt aus, der junge Mann. Na ja, zum Lager wollte ich jetzt einstehen. Können wir nochmal eine Bank ausrauben, bitte? Pff. Was? Ähm. Ich kann ja jetzt von meinem Lager aus... Porten ist so... Ist so... Ist so langweilig irgendwie. Ich kann mal ein bisschen essen geben. Das Pferd gewachsen. Ich kann mal kurz sauber machen. Okay. So. Wir müssen... Wir brauchen... Wir müssen... Was? Wir brauchen eine... Ein Salon. Oh. Oh. Waarom wird mir kein Weg. Achso. Ja. Gehen wir den guten Mal... Baden? Also bei drei Stunden Spielzeit muss man auf jeden Fall mal baden gehen, glaub ich. wird es dann irgendwann mal Zeit. Wir baden, wir essen dann auch da noch was und dann müssten wir eigentlich so gut es geht vorbereitet sein für das nächste Mal. Ich glaube wir bleiben dann auch hier, weil hier Dinge sind. Also Nebenmissionen. Einmal das mit dem Donner und einmal viele Menschen, fremde Personen. Stopp. Ja, was gucke ich denn jetzt gleich für einen Film? Ich würde gerne noch einen Film gucken. Nein, nicht Crouch. Hallo Fran. Du weißt es auch immer noch nicht? Ich geh jetzt erst mal baden. Eigentlich haben wir so viel Geld, dass wir uns das gönnen könnten, dass noch mal eine Frau uns macht. Ist das im Onlinespiel auch? Weil im Onlinespiel kann ich ja eine Frau machen. Wartet mich dann, Mann. Achso, ich muss erst mal Badewanne bestellen. Entschuldigung. Was? Nein. Jetzt sind wir leider nicht mehr in die Badewanne. Auf die Uhr geguckt. Äh... 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 Unterkunft... Bad. Oh, wir können vielleicht noch mal eine Runde spielen. Dann musst du das nächste Mal in eine Wohnung ziehen, wo eine Badewanne ist. So, Kopf waschen. Achso, ich muss ja mehrmals treffen. Entschuldigung. Ja, why not? Wir gönnen uns mal. Wir haben so viel Geld jetzt. Geil. Hm. Eine Frau hier ist besser als ich. Ich weiß, ob es zu warm ist. Ich hab zu beahne. Ich hab sie zu warm. Ich hab sie. Ich hab sie mit. Ich hab sie mit. Ich habe sie mit. Tja, das kannst du dir doch denken, oder? Hast du gesehen? Fünfzig Dollar. Da kriegst du einen Bart. So, jetzt sieht er wieder schnuckelig aus. Was macht denn Bart? Ja, sieht doch gut aus. Haare passt auf. So, wie war das jetzt nochmal? Das heißt, mal nochmal gucken hier. 13. Hm. I'll take a card. Hmm. 13. Card. Break. No way! Ooh. That's 16. Card. 19 12 15 hier und 21 Wages of gaming, I guess Okay, I'll have your bets, folks Oh Closing bets? Good luck Huh 20 right here 12 there Hit me And bust Save it for after, I've cleaned you out 18 Yes, come on Well, next time, I guess I've got this well in hand, thanks Endlich könnte ich voll viel setzen, ich hab so viel Geld Was ist mit der Kamera los? Achso Oh Shit Oh Unlucky, pal Just be quiet 18 No cards Hmm 13 Ich muss eigentlich echt mal nochmal Pokerabend machen Ich muss voll machen, aber Poker zu spielen Crap Okay, I'll have your bets, folks Also nicht im Spielen, sondern mal relive Bet's closed, folks Let's go Boah, ich setz voll viel im Vergleich zueinander 15 15 Give me another one 17 17 15 here Card, please And bust Tschö Letztes mal hatte ich mehr Glück Alright, see you again Nächstes mal spielen wir mal ein bisschen Poker im Anschluss Also am Ende Ich glaub, Poker war bei uns im Camp, glaub ich Ja, Haare und so muss ich eh nichts machen Gut, ich könnte, ne, zum Lager reiten macht keinen Sinn, weil wir haben ja hier so viel Nebenzeugs, ne Ne, ich bleib hier Okay Dann tue ich mal gerade Beichern